Bei denen wurde eingebrochen und das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du dann zu deiner Haustür reinkommst und in dem Moment stand der Einbrecher vor denen. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein. In Deutschland gibt es jährlich ca. 55.000 Wohnungseinbrüche. Um diese Statistik zu minimieren, gibt es Alarm- und Sicherheitssysteme. Das Ziel dieser Unternehmen ist es, die Zahl der Einbrüche zu senken oder durch Videomaterial die Schurken zu identifizieren. Julian und ich sind schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, das das Thema Sicherheit für die Immobilie mit Herzblut verfolgt. Wir sind gespannt auf drei gemeinsame Folgen mit Europas Marktführer für Alarmsysteme, in denen wir einmal das Unternehmen Verisure kennenlernen sowie True-Crime-Geschichten hören werden. Wir sprechen heute mit Patrick Bisigo und erstmal Patrick, wie geht's dir? Und schön, dass du da bist. Ja, hi Fabio, hi Julian. Mir geht's großartig. Kommen gerade tatsächlich hier auch aus dem technischen Training. Gute Gruppe gehabt. War ein Riesenspaß dazu. Wenn man rausguckt, 12 Grad, Sonnenschein. Was für eine Lebensqualitätssteigerung immer wieder. Ich bin heute auch so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Heute ist es wirklich auch bei uns hier im Süden in Stuttgart ganz schön warm. Wo sitzt denn du gerade, an welchem Ort? Ich bin gerade in Wuppertal tatsächlich, an einer Außenstelle von uns. Wir haben heute das Installateurstraining gehabt, wo wir unseren Mitarbeitern erklären ordentlich, wie das ganze Alarmsystem funktioniert, wie man es installiert und wie natürlich auch die Programmierung davon funktioniert. Nice, wir sind mal gespannt. Da werden wir nachher noch schön drüber sprechen und in den drei Folgen. Aber Wuppertal, da gibt's doch diese Hängebahnstücke. Schwebebahn, oder? Schwebebahn, genau. Bist du damit schon mal gefahren? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin auch eher hier so zu Gast. So typisches Trainerleben. Du warst in vielen Städten und hast eigentlich keine gesehen. Der Klassiker. Immer wieder gern genommen bei ganz vielen Städten. Aber so genau kann ich es auch nicht sagen. Aber mir ist klar, dass das hier das Wahrzeichen ist. Deswegen alle Wuppertaler, die zuhören, Schwebebahn ist super. Sehr gut. Wie lange bist du denn eigentlich schon bei Verisure? Spricht man das Verisure? Verisure. Verisure. Wie lange bist denn du schon bei Verisure? Tatsächlich jetzt relativ genau genommen seit drei Jahren und zweieinhalb Monaten. Also am Tag der Aufnahme zumindest. Und uns gibt's ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Das heißt, die Firma gibt's jetzt ein bisschen mehr als circa viereinhalb Jahre. Also ein bisschen nach dem ersten Jahr bin ich auch dazugestoßen. Und ja, ich hab schon ein dreijähriges Firmenjubiläum. Fühlt sich noch gar nicht so an. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Und welche, also hast du da mehrere Positionen schon durchlaufen? Oder in welcher Position bist du gerade aktiv? Also ich bin jetzt gerade der Teamlead für die Inhouse-Trainer. Das heißt, uns ist so ein bisschen nach Abteilungen geordnet. Ich gehöre zur Abteilung Operations. Bedeutet alles, was irgendwie mit direkten Kundenkontakt und mit Alarmanlagen Installation zu tun hat. Was auch dann die Services hinterher dabei beinhaltet. Und wir machen auch die Ausbildung für unsere Verkäufer, unsere Security-Experts. Und das ist so ein bisschen so der erste besondere Punkt vielleicht schon zu Very Sure tatsächlich. Unsere Verkäufer sind auch gleichzeitig unsere Installateure. Was natürlich da zur Folge hat, eigentlich kann man das unter vorgehaltener Hand sagen, das, was der Verkäufer sagt, ist nicht zwingend immer das, was der Techniker machen kann. Sowas kann bei uns nicht passieren, weil unsere Verkäufer sind unsere Techniker. Das ist sehr, sehr praktisch aus dem Kundenkontext und auch für den Verkäufer selber natürlich. Das ist richtig gut, weil dann hat ja auch euer Kunde nur einen Ansprechpartner, oder? Genau. Das ist auch der Plan. Das ist von der anderen Seite aus betrachtet natürlich für unsere Verkäufer auch ganz cool, wenn man halt den kompletten Kontakt von Anfang bis Ende, dass wirklich alles fertig ist und man rausgeht und das Ganze erklärt hat und dass man da einen durchlaufenden Kontakt hat. Und besonders auch der Kunde auch keine zusätzlichen Ansprechpartner braucht. Du hast immer den gleichen. Vielleicht müssen wir nochmal, wenn jetzt manche Zuhörer und Zuhörerinnen eure Firma noch nie gehört haben, vielleicht nochmal so ganz grob, was ihr dann generell macht. Du hast zwar schon in einem Satz gerade kurz angeschnitten, aber vielleicht nochmal so ein paar Worte über euch. Also wir sind in Deutschland ja jetzt, wie gesagt, so viereinhalb Jahre, Pima Daumen, vertreten und weltweit gibt es uns aber schon wirklich lange. Also seit 1988 hat das Ganze mal in Schweden gestartet und damals noch als Auskopplung von Securitas, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der Name ist ja auch relativ bekannt. Wir sind aber inzwischen komplett eigenständig. Und in Deutschland waren wir, lass mich nichts falsch erzählen, Land Nummer 15 in der Liste. Und danach kamen dann noch Argentinien und Irland dazu. Das heißt, wir sind jetzt bei 17 Ländern weltweit, in denen wir vertreten sind. Und wir kommen da insgesamt auf ungefähr, stand heute über den Daumen gepeilt, 4,7 Millionen Kunden und so auf etwas mehr als 22.000 Mitarbeiter. In Deutschland sind wir das natürlich noch nicht so in der Größe. In Deutschland sind wir jetzt gerade im Moment bei etwas mehr als 400 Mitarbeitern. Aber auch in der Zeit, als ich angefangen habe, hat sich das extrem vergrößert. Also als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, so um die 70. Und jetzt dann ein bisschen mehr als drei Jahre später bei über 400. Und wir sind inzwischen in den meisten Bundesländern, aber da noch nicht mal in allen. Das heißt, unser Wachstum ist noch nach oben offen, noch weit offen. Du meinst jetzt, dass ihr noch nicht in allen Bundesländern vertreten seid mit Standorten oder dass ihr noch nicht in allen Bundesländern Anlagen in Betrieb habt? Oder schließt das eine das andere ein? Genau, also das bedingt sich quasi auch so ein bisschen selber, weil wir haben eine Hauptzentrale, die ist ein Rating, wo so alles, was office-technisch angesiedelt ist. Unsere Außenstellen sind dann quasi Sales-Büros, die dann vor Ort angesiedelt sind, weil man ja auch nicht sonst irgendwie völlig bananeweite Entfernungen hat, wo dann jemand zum Kundentermin 700 Kilometer fahren muss. Und das ist auch der Grund, warum wir im Moment noch nicht ganz Deutschland abdecken können. Wir haben jetzt gerade in München, ist jetzt das nächste, was gerade aufgemacht wird. Und wir haben halt die Problematik, wenn du auch für Service bist. Du hast ja bei uns quasi eine Garantie, dass wir immer dafür sorgen, dass dein Anhabenssystem funktioniert. Aber wir müssen natürlich auch Service-Techniker in der Nähe haben. Und wenn der nächste Service-Techniker dann auch wieder 500 Kilometer entfernt ist, weil irgendeine Kleinigkeit beim System behoben werden muss, sagen wir von Anfang an, nee, wir machen da lieber ein strukturelles Wachstum, dass wir auch den Service so bieten können, wie wir uns das im Endeffekt vorstellen. Kannst du vielleicht dann so einen kurzen Einblick geben, in welchen Städten ihr aktiv seid? Also ist das irgendwie möglich? Habt ihr da irgendeine Übersicht? Ja klar, also das, was so das größte Ballungsgebiet ist und da, wo wir auch gestartet haben, ist tatsächlich Nordrhein-Westfalen. Ich bin ja jetzt selber gerade in Wuppertal, dann haben wir noch in Köln und in Dortmund und in Essen und in Neuss, in Ratingen natürlich, wo unsere Zentrale liegt. Dann gibt es nochmal eine ganze Ausbreitung nach Norden, das sind so Hannover, Hamburg, Bremen ist jetzt auch gerade mit dazugekommen. Wir haben auch noch einen Standort in Berlin und im Süden ist jetzt im Moment Mannheim, Oberursel, Stuttgart und da kommt jetzt München auch noch mit dazu. Ah ja, schön, perfekt. Finde ich eigentlich ganz wichtig, weil dass man so ein bisschen eine Übersicht hat, die Leute, die unseren Podcast hören und denken, ja, jetzt will ich unbedingt so eine Alarmanlage in meinen Pferdestall, dass die natürlich dann auch wissen, ob das aktiv ist und ich finde den Ansatz von euch total wichtig, dass der Techniker bzw. der Verkäufer ja in der Nähe sein muss, weil sonst könnt ihr ja gar nicht diese Garantie oder das Versprechen halten, wenn irgendwas ist und deshalb finde ich das mega wichtig und spricht auch für euch als Unternehmen. Ja, das ist, also ich sag mal, unser ganzes Firmenkonzept ist darauf begründet, dass wir sagen, okay, wir haben auf einem deutschen Markt festgestellt, dass wir teilweise echt unglaublich günstig unterwegs sind, zumindest was so den Eingang und den Eintritt in die Alarmanlagenwelt bedeutet. Das, was aber für uns unglaublich wichtig ist, ist der Punkt, wir denken halt nicht im Sprint, wir denken im Marathon. Wir wollen zufriedene Kunden haben und das halt nicht über ein Jahr, sondern über 20 Jahre. Für Deutschland kann ich das momentan natürlich schwierig sagen, weil es uns noch gar nicht so lange gibt, aber so weltweit betrachtet läuft es bei uns darauf hinaus, dass Kunden im Durchschnitt so circa 15 Jahre Lifetime haben und das kannst du halt nur bewerkstelligen, wenn du auch einen ordentlichen Service bietest und wenn der Kunde halt von Anfang an, von Anfang bis Ende dabei mit integriert wird und mitgenommen wird. Und das hat halt auch damit zu tun, wir leben extrem von Weiterempfehlungen. Also das ganze Thema Mundpropaganda, das ja in der heutigen Social Media Zeit manchmal so ein bisschen außen vor gerät, ist für uns unglaublich wichtig. Das heißt, je geiler wir unseren Job machen und je besser uns der Kunde findet oder du als Kunde eventuell, ich habe da vielleicht ein Angebot für dich, desto lieber empfiehlst du uns ja auch weiter. Also wir wollen keinen Kunden haben, die am nächsten Tag denken, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht und da habe ich mich belabern lassen, sondern wir wollen, dass man sich gut beraten fühlt und am nächsten Tag aufsteht und denkt, boah, wie geil ist das denn, wann kommen die endlich und installieren. Im besten Fall tatsächlich am gleichen Tag. Ja klar, definitiv. Was mich jetzt aber nochmal so interessieren würde, Was ist denn genau der perfekte Kunde für Verishow? Also wer kommt auf euch zu und wer will, wer kauft euer Produkt? Ist es wirklich so einfach, ja gut, einer, der halt eine Alarmanlage haben will oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist so ein bisschen zweigeteilt, sehr gute Frage, weil unsere Zielgruppe, unser Kundenportfolio besteht aus Privatpersonen und klein- bis mittelständischen Unternehmen. Das heißt, unser ganzes Alarmsystem ist genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Das heißt, wir installieren nicht in einem 36-geschossigen SAP-Gebäude, sondern es kann alles Mögliche sein, der kleinen Laden, die Werkstatt, der Kiosk, der Bäcker um die Ecke und vor allem Privatpersonen. So in unserem Portfolio sind wir momentan ein bisschen mehr tatsächlich bei Privathaushalten als bei Kleingewerben unterwegs. Das ist im Moment in der Waage so circa 60-40. Und gerade bei den Privathaushalten sind es naturgemäß irgendwie häufiger Einfamilienhäuser oder Häuser als Wohnungen. Das gibt es tatsächlich auch, klar. Das ist auch möglich. Trotzdem ist so der Bedarf in der Kundenwelt, gerade bei Häusern, relativ relevant, was vielleicht für euer Thema auch nicht ganz unrelevant ist. Was mich jetzt mal noch so interessiert, also ja, ich denke mir auch, dass wirklich tatsächlich immer die Häuser, die Objekte sind, die am ehesten geschützt werden. Aber wie funktioniert denn das? Weil wenn ich jetzt so mal im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis dran denke, wer da eine Alarmanlage hat, dann sind das meistens irgendwie so Systeme. Da geht man raus, dann dreht man irgendwie noch einen Schlüssel rum außerhalb vom Haus und dann ist die halt scharf geschalten. Aber wie ich das jetzt bei euch verstanden habe, vielleicht kannst du das auch nochmal gleich erklären, bei euch steckt ja noch den ganzen Verwaltungsapparat dahinter oder ein Sicherheitssystem, wie sagt man? Verwaltung? Verwaltung, ja. Also wirklich auch ein Sicherheitsdienst, oder? Das ist tatsächlich ein relativ großer Unterbau, weil, klar, du kannst ja auch, es gibt inzwischen Alarmanlagen, die kannst du beim Baumarkt kaufen, die kannst du beim Discounter kaufen, was auch immer, die halt zumindest Krach machen. Ein bisschen eigentümlich oder das, was nicht direkt einem so in den Kopf springt, ist, wenn man das ganz, ganz genau nimmt, verkaufen wir eigentlich keine Alarmanlagen. Wir haben auch eine Alarmanlage, die uns dazu in die Lage versetzt, unseren Job zu machen. Das heißt, eigentlich verkaufen wir den Service dahinter. Das heißt, du hast eine 24-Stunden-Überwachung in einer natürlich in Deutschland nicht anders möglich geprüften Sicherheitsleitstelle, die wir nur mit eigenen Mitarbeitern besetzen. Und der Service dahinter, dass du 24-7 am Tag jemanden hast, der dafür sorgt, dass es bei dir zu Hause sicher ist oder in deinem Business, ist eigentlich der Punkt, der immer sehr, sehr viele Kunden zu uns bringt. weil, ja, du hast vielleicht eine grundlegende Abschreckung mit dabei, aber was hast du davon, wenn es Krach macht und es ist keiner da und es reagiert keiner. Das ist ja ganz oft der Fall. Und das gilt ja nicht nur für Einbrüche, das gilt auch für Dinge wie Personenschäden oder Brände oder Wasserschäden. Das heißt, unser Firmenname VerySure ist so in der, nennen wir es direkt indirekten Übersetzung, eigentlich ein ganz geiler Marketing-Claim, somit sehr sicher, ist tatsächlich reiner Zufall. Echt? Der Firmenname VerySure kommt tatsächlich von Verification for sure. Okay. Das heißt, wir müssen verifizieren, was los ist und in dem Moment, wo wir es verifiziert haben, treffen wir dann die Entscheidung, wird die Polizei benötigt, wird ein Wachdienst benötigt, wird die Feuerwehr benötigt, wird ein Krankenwagen benötigt, was auch immer. Und die Alarmanlage und all das, was mit der Alarmanlage zusammenhängt, all die Geräte, die wir haben, sind eigentlich nur dazu da, damit unsere Sicherheitszentrale ihren Job machen kann. Und das ist halt am Ende Sicherheit zu gewährleisten und im besten Fall Leben zu retten. Und das macht natürlich, ich glaube, in seinem Job denkt man ganz oft daran, warum mache ich das hier eigentlich? Und das Why hier bei uns, bei VerySure zu finden, ist relativ einfach, nämlich, dass man einfach dafür sorgt, dass Menschen beschützt sind und dass im Ernstfall jemand da ist, der dir hilft, der dich unterstützt, der dir dafür sorgt, dass die Situation nicht eskalieren kann. Okay, das heißt, ihr verkauft eigentlich hauptsächlich dann eure Dienstleistungen und nicht die Alarmanlage ist eigentlich nur so mittel zum Zweck. Genau, die Alarmanlage ist quasi das Werkzeug, das wir brauchen, um unseren Job zu machen. Und das ist in vielen Fällen natürlich auch immer noch Abschreckung. Ich meine, es ist ein Alarmsystem und wenn jemand einbricht und die Sirene geht an, sorgt das in den allermeisten Fällen dafür, dass da ein Fluchtreflex bei Menschen ausgelöst wird. Weil man muss auch ein bisschen von der Idee wegkommen, dass in Deutschland irgendwie nur Einbrüche von Profis durchgeführt werden. Ganz oft sind es Laien, die natürlich sich durch sowas unglaublich leicht abschrecken lassen. Wenn dann jemand noch mitbekommt, dass das sogar überwacht ist, also das ganze Alarmsystem, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen vorgreife, ist ja auch so aufgebaut, dass wir eine Sprachverbindung mit unserem Alarmsystem haben, sobald ein Alarm ausgelöst wurde. Das heißt, wir haben einen echten Mitarbeiter, der jemandem vor Ort sagt, verlassen Sie sofort das Gebäude, ansonsten schicken wir die Polizei. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, schicken wir die Polizei dann auch trotzdem, wenn da jemand im Gebäude drin war. Aber das zieht halt nochmal extrem. Wenn man bemerkt, dass da tatsächlich jemand ist und dass es ein Mensch ist, der gerade dafür sorgt, dass ich da nichts zu suchen habe. Ich wollte nur nochmal darauf eingehen, weil vorhin hast du noch im Nebensatz gesagt, du hättest ein Angebot dabei. Ich würde tatsächlich auch nochmal gerne wissen, hast du da wirklich ein Angebot dabei oder war das jetzt einfach nur ein Satz am Rande? Ja, also wir haben ja im Moment den Valentinstag und wir haben lustigerweise, überraschenderweise, auch ein Valentinstag-Angebot mit dabei. Das beinhaltet im Moment, dass wir 50% auf das Starter-Upgrade geben. Starter-Upgrade sind so die Geräte, die man immer grundsätzlich benötigt und darauf haben wir gerade im Februar über Valentinstag, das Valentinstag-Angebot mit dabei, wo es jetzt 50% quasi auf den gesamten Grundpreis gibt. Das heißt, normalerweise liegen wir da in einem Bereich von ungefähr 1400 Euro, das heißt, das gibt es jetzt momentan für 700 Euro. Ja, okay. Guck mal, mir fällt gerade ein, heute ist ja Valentinstag, ne? und der Julian, der hat mich nicht überrascht mit Rosen, kannst du das glauben? Und da finde ich eigentlich jetzt schon, dass wir zumindest Kinder mir eigentlich so eine Alarmanlage mal rauslassen, oder? Das wäre auch eine Option. Also überleg dir mal was, Schäm dich. Sagen wir mal so, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, ich bin ja kein Verkäufer, aber ich kenne sehr viele gute Verkäufer und da werden wir dem Julian mal gleich im Nachgang ein Angebot unterbreiten, dass er dich ausschlagen kann. Finde ich sehr gut. Sehr gut. Vielleicht kann ich noch einen Kunde werben, ich werbe dann einen Fabio, der dann mir auch eins schenken kann. Ja. Tatsächlich haben wir auch ein Member Get Member Programm, da kriegst du sogar dann nochmal einen Bonus, ja. Perfekt. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Wird man auf jeden Fall auch in die Shownotes reinschreiben, dass die Leute dann da auf eure Seite kommen. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, oder weißt du das noch, was du sagen wolltest? Ja, ich merke es mir auch immer noch. Ach, genau. Und zwar, als ich früher, wenn man als Kind durchs Wohngebiet gelaufen ist und auch als Jugendlicher und teilweise auch jetzt ehrlich gesagt noch und man sieht an einem Haus eine Kamera, dann hat man immer so bis das Gefühl, oh, da ist was zu holen, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinen italienischen Genen liegt, aber, oder der, der könnte reich sein, da ist irgendwie was, Also, ist es üblich, dass die Kameras immer so offensichtlich sind, dass man das immer sieht? Also, ja, das ist so ein bisschen eine Mischung, würde ich sagen. Also, Punkt Nummer eins ist, dass Kameras offensichtlich da hängen, ist tatsächlich meistens Absicht. Man muss bei der Positionierung tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, weil die Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland schreibt vor, dass du keinen öffentlichen Bereich mit Videokameras filmen darfst. Aber nur, dass die Kamera so hängt, heißt ja nicht, dass sie auch das Bild tatsächlich so aufnimmt. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie genau der Bildwinkel dann dabei eingestellt ist. Und das Zweite ist, ja, und das ist auch ein Punkt, den Kunden immer wieder sagen, dass sie sagen, ah, ja, ich will aber gar nicht, dass das jemand weiß, weil wir haben natürlich auch Schilder, Alarmschilder, die wir anbringen oder anbringen können zumindest, dass von außen ersichtlich ist, dass dort eine Alarmüberwachung von Verishore stattfindet. Also, manchmal die Angst tatsächlich, ja, aber weiß ich damit nicht jemanden erstmal darauf hin, dass es bei mir was zu holen gibt. Sagen wir mal so, irgendwas zu holen gibt es irgendwie bei jedem. Das ist irgendwie auch jedem bewusst. Und diejenigen, die davon tatsächlich abgeschreckt werden, sind die Nicht-Profis. Das heißt, diejenigen, die eher auf Gelegenheit macht, Diebe, aus dem Grund irgendwie, welche anderen emotionalen Gründe da eine Rolle spielen, ist ja sehr vielfältig. oder welche Not, aber das sind diejenigen, die sich dadurch natürlich eher abschrecken lassen, weil das, was jemand, der besonders, der kein Profis gar nicht mag, sind Alarmanlagen und Hunde. Ja, und bei den Profis ist es so, es ist unerheblich dabei, ob du ein Alarmschild draußen dran hast oder nicht. Als Profi wird der sowieso rausfinden, ob es bei dir was zu holen gibt. Das heißt, davon auszugehen, dass ich damit Profis irgendwie darauf hinweisen würde, nee, also jemand, der das, der diese, nennen wir es mal, diesen Berufszweig professionell betreibt, so 24, 40 Stunden die Woche Einbrechern, der hat seine eigenen Mittel und Wege rauszufinden, ob es bei dir was zu holen gibt. Also da macht, da ist der Abschreckungsfaktor aus meiner Sicht wesentlich höher, anstatt, dass ich dadurch jemanden anlocken würde. Okay, was ich mich gerade frage, ob der 40 Stunden Einbrecher, ob der stempeln muss oder ob der Vertrauensarbeitszeit hat. Der ist ja unterwegs, der hat eine App, der hat wahrscheinlich nach dem neuen Arbeitszeitgesetz, der hat wahrscheinlich Vertrauensarbeitszeit, aber der muss das natürlich irgendwie abrechnen. Nee, Spaß beiseite. Vielleicht, ich bin ja ein Freund von Statistiken, aber vielleicht kann ich dir mal sagen, wie viel, oder vielleicht, wenn es überhaupt eine Statistik gibt, aber wie viele Einbrüche ihr denn bisher schon verhindern konntet durch eure Alarmsysteme. Also ich habe da zufälligerweise auch ein bisschen was mitgebracht und ich will es mal vorsichtig ausdrücken. So ganz genau kann man das in vielen Fällen gar nicht sagen, weil natürlich viele Einbrüche auch verhindert werden, ohne dass dann am Ende auch tatsächlich was passiert. Wo ich so ein bisschen was zu sagen kann, so ad hoc, ist, wir haben halt eine Unterscheidung zwischen Events, die halt stattfinden, weil irgendwelche Signale bei uns eingehen und dann halt Events, die auch verifiziert, tatsächlich, wo es sich um Einbruch gehandelt hat. Das waren jetzt im Januar waren es 90 und im letzten Jahr waren es ungefähr 850 bis 900 reale Events, die wir nachvollziehen können. Was dazu kommt natürlich sind dann Fehlauslösungen oder halt Abschreckungen, wo vielleicht ein Gerät wie ein Schocksensor, der dein Fenster oder deine Tür beschützt, ausgelöst hat, aber derjenige dann allein schon geflüchtet ist. Das können wir nicht so ganz nachvollziehen und wir kriegen auch natürlich keine Statistiken von der Polizei, weil aufgrund der DSGVO dürfen die uns im Nachgang natürlich auch nicht sagen, was da passiert ist oder wie dann das Ganze ausgegangen ist. Da sind ja oft auch noch laufende Ermittlungen dann dabei. Aber das ist schon eine ganze Menge, also tatsächlich verifizierte Real Events, die wir nachvollziehen können, sind so im Schnitt ungefähr momentan zehn pro Monat und das bei ungefähr so zwischen 24.000 und 25.000 Kunden, die wir gerade haben. Es sind natürlich insgesamt wesentlich mehr, das sind die, die wir klar verifiziert haben, dass da auch tatsächlich dann was passiert ist im Nachgang, im Ablauf. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Also ich glaube, das lohnt sich für die Kunden dann schon, dass man da investiert hat. Ganz oft ist es ja nicht nur dann, es ist ja auch so das grundsätzliche Sicherheitsgefühl. Wenn du sagst, was auch ganz häufig passiert ist, dass irgendwie auf der Straße eingebrochen wurde oder nebenan und du fühlst dich halt oder vielleicht in der Wohnung auf der anderen Seite des Flurs, wenn du dich da selber nicht mehr gut fühlst, sind wir halt eine echt gute Alternative, um sich wieder beruhigt schlafen zu legen dann dabei. Ja, das stimmt. Du hast gerade schon was kurz angesprochen, DSGVO war das, habe ich es richtig gehört? Ja, genau. Datenschutzgrundverordnung? Datenschutzgrundverordnung, genau. Genau. Danke. Dürfen denn auch, wenn ihr einen Einbruch oder wenn man aufgrund von euren Bildern einen Einbrecher überführt, dürfen die Bilder dann auch verwendet werden? Vor Gericht oder bei der Polizei? Die Datenschutzgrundverordnung, die wird in Deutschland ja ziemlich hart ausgelegt. Was für uns als Firma manchmal ein bisschen doof ist, was für dich als Privatperson dann natürlich relativ praktisch ist, zumindest in den meisten Fällen. das heißt, wir dürfen schon der Polizei Bildmaterial zur Verfügung stellen für die Ermittlungen, aber vor Gericht darf dieses Material nicht benutzt werden. Das ist auch so ein ähnliches Thema, das du ja überall mit Kameras hast oder mit Dashcams, die man im Auto hat oder ähnliches. Okay. Das Einzige, wo es ja jetzt so eine Gesetzesänderung gab, ist ja glaube ich mit den Dashcams, die die Polizisten selber an der Weste tragen. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ansonsten, das trägt halt sehr oft zur Identifizierung bei und darum geht es in den meisten Fällen. Also ich habe da vielleicht ein lustiges Beispiel von euch, wo mir im Nachgang der Einbrecher fast ein bisschen leid tut und zwar war das ein Kollege, ein Kollege hat, ich will die Stadt gar nicht erst nennen, damit wir da nicht in DSGVO-Probleme kommen, ein Kollege hat beim Kunden installiert ein kleines Business in so einem Industriepark und die waren fertig, das hat relativ ein bisschen später geworden, die waren irgendwie acht, neun Uhr abends fertig und um ein Uhr Nacht ist da ein Einbruch passiert. Also vier Stunden später und aufgrund der Bilder, die die Polizei von uns bekommen hat, wurde derjenige noch in derselben Nacht gefasst. Und ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, der hat da vier Wochen lang das Gebäude ausgespäht. Geil, gar kein Ding, die sind jeden Abend, um ein Uhr ist hier kein Mensch mehr, die haben keine Alarmanlage. Wann gehe ich da hin? Dienstag. Ja, verdammt, wurde Montagabend die Alarmanlage eingebaut. Ja, Pech gehabt. Als hätte das Universum dem Kunden einen Wink gegeben. Ja, zum Glück haben aber auch deine Kollegen da hier noch durchgezogen abends und das alles fertig gemacht, weil sonst wäre es noch richtig ärgerlich gewesen. Ich finde die Geschichte einen super Teaser für unsere nächste Folge tatsächlich, weil da wollen wir ja so ein bisschen über wahre Geschichten sprechen, die ihr erlebt habt als Very Sure und dass wir da einfach mal so ein bisschen drüber reden und ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir auch Witze machen oder darüber lachen und ist uns allen bewusst, dass es kein lustiges Thema ist, aber wir möchten natürlich in unserem Podcast einfach Unterhaltung mit reinbringen und ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören und die Julian und mich da verfolgen und es sind dann doch schon ein paar in der Zwischenzeit, die wissen, dass wir so ticken und das ist trotzdem für uns alle und auch für Patrick und auch in der nächsten Folge ist dann der Ruben mit dabei, dass uns das alle bewusst ist, dass es ein ernstes Thema ist, aber ich glaube, wir haben da alle mit gewonnen, wenn wir da ab und zu mal ein bisschen Unterhaltung und ein bisschen Abwechslung mit reinbringen, das wollte ich einfach nur nochmal betonen. Ich habe tatsächlich auch mal von Bekannten oder von Freunden, bei denen wurde eingebrochen und das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du dann zu deiner Haustür reinkommst und in dem Moment stand der Einbrecher vor denen und da war noch ein kleines Kind dabei, also nicht im Einbruch, sondern bei der Familie und da wurde das Kind von dem Einbrecher zur Seite geschoben und das ist schon ein Trauma und ich finde es schön, dass ihr da mit dem Job und auch das, was du machst, Patrick, das ist echt eigentlich schon eine große Sache, da zu helfen und sowas ist ultra, ultra wichtig, dass man sowas verhindert und minimiert. klar war das gerade eben eine mehr oder weniger lustige Geschichte, was da dabei passiert ist, aber das ist ja so der Hauptgrund für zumindest die meisten, die bei uns in der Firma arbeiten, das fühlt sich halt ultra geil an, Menschen dabei zu helfen und Menschen zu beschützen und das ist das, was wir am Ende des Tages machen. Wir sind Menschen, die Menschen beschützen und das ist so eine, nennen wir es mal, innere, universelle Genugtuung, die man dabei auch für sich selber mitnehmen kann und deswegen ich als alter technischer Trainer und Kommunikationstrainer bin dabei natürlich immer sehr, sehr stark dabei, dass wir so gut wie möglich unsere Mitarbeiter ausbilden, damit das jedem auch bewusst ist, was genau wir, welche Art von Grundidee man haben soll, wenn man hier arbeitet und was so das generelle Mindset angeht, warum wir das hier alles machen und wenn man da natürlich solche Geschichten hinterher hat, wo es dann auch gut ausgegangen ist, ist das natürlich echt dankbar. Ja, absolut, das ist dann das Positive oder das Schöne. Ja, wir sind gespannt schon auf die nächste Folge, wo dann, wo wir wahre Geschichten bringen, wir sind gespannt, was ihr da mitbringt und ich würde einfach sagen, lasst uns dann gemeinsam in die nächste Folge gehen und wir freuen uns, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Danke, ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast, abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und auf unserer Homepage. Ja, da können wir uns nicht folgen, aber besuchen können wir uns trotzdem.